Chinaware, China Gadgets, die Produkte aus Fernost überschwemmen den deutschen Markt, teilweise zu Dumpingpreisen. Ist denn auch wirklich was Gutes dabei oder ist das alles nur Schrott? Ich habe mir in zwei Videoteilen ein paar Sachen angeschaut, die für dich und die für mich, also für uns Camper, einen Bezug haben, die was taugen, die wir hernehmen können. Und ich war teilweise wirklich überrascht. Hallo, ich bin Frank aus München und fahre diesen großen Bürstner. China-Kracher oder Blindgänger, Feuerwerk oder Lady-Kracher. Es gibt wahnsinnig viel aus Fernost, selbst wenn du deutsche Ware kaufst. Ich erinnere nur an, sagen wir mal, Akkus, Lithium-Akkus, Solarpaneele. Kaufst du bei einer deutschen Firma und hergestellt sind sie doch eben in Fernost. Wir kommen eigentlich der Sache gar nicht mehr aus. Also habe ich mir gedacht, verteufeln, ignorieren oder anschauen und vielleicht doch kritisch bewerten. Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Ich schaue mir das an und ich habe es mir angeschaut und dabei interessante, aber auch schlechte Erfahrungen gemacht. Dazu kommen wir gleich. Was ich nicht gut finde, das ist das, was im Moment Temu macht. Temu ist ja nicht mal ein Hersteller, ist ja glaube ich nur ein Online-Versender, die schwer in der Kritik steht. Ich versuche euch unten einen Link einzublenden. Es gibt wohl eine Doku, ich glaube vom NDR gerade, die recherchiert haben, was bei Temu alles schiefläuft. 90 Prozent Frühlingsrabatt. Mit dem Glücksrad einen 200-Euro-Gutschein erspielen. Oder was hältst du von einer Drohne? 25 Euro? Mega gut. Das ist die zauberhafte Welt von Temu, das chinesische Amazon. Ja, oder der Bundesverband der Verbraucherzentralen sagt, das ist eine Plattform, die verunsichert uns. Und lockt mit willkürlich erscheinenden Rabatten, fragwürdigen Bewertungen und mit einem manipulativen Design. Aber Temu ist hier nicht das Thema, sondern es ist was anderes. Mich erreichen in letzter Zeit immer mehr Kooperationsanfragen zu chinesischen Produkten. Und das sind nicht nur Billigheimer, sondern teilweise auch ganz schön teure Produkte. Versehen mit Rabatten, wie beim Möbelkauf. Also habe ich mir überlegt, was davon uns als Camper nützlich sein könnte. Und dabei kamen Tests heraus, die ich euch in zwei oder vielleicht auch in drei Teilen hier vorstelle. Und dieses Video hatte ich schon fast fertig. Wenn euch also ein Farbunterschied auffällt, ich habe nachgedreht. Und nachdem ich das fertig hatte, da riss mir dann der Geduldsfaden mit einem Anbieter und ich musste jetzt nochmal neu drehen. In diesem Teil teste ich für euch einen Wireless CarPlay Adapter. Ja, den habe ich selber gekauft. Ferner geht es um interessante magnetische Kabel, die sich schön platzsparend zusammenkauern. Dachte ich. Denn vom Kabelhersteller, da fühle ich mich gleich in mehrfacher Weise echt über den Tisch gezogen. Aber dazu gleich mehr. Ich beginne also mit dem ersten Teil. Interessant für alle, die ein iPhone besitzen und damit eine kabelgebundene Verbindung zu ihrem Navi Siva aufbauen, um CarPlay abzufahren. Ähnliche Geräte, um das CarPlay oder ich glaube bei Android heißt es Android Auto, drahtlos zu machen. Sowas wie den hier gibt es auch. Aber da kann ich natürlich nicht aushelfen. Aber das könnt ihr locker ergoogeln. Ich habe jetzt eine klasse Sache für euch. Wenn ihr Apple Nutzer seid und ein großes Navi im Fahrzeug habt, dann kann das vielleicht CarPlay. Das heißt, ihr beamt die Inhalte von eurem iPhone auf das Navi. Ihr könnt Google Maps auf dem großen Bildschirm benutzen. Ihr könnt Podcasts abhören. Ja und bei mir sah das bisher immer so aus, wenn ich das benutzt habe. Wenn ich das Magnetkabel benutzt habe, dann eben relativ aufgeräumt. Aber es war auch schon verwurschtelter. Aber das Handy ist eben gefesselt. Da ist also kabelgebunden. Und ja gut, es gab ja bisher nichts anderes. Und irgendwann mit einem Update vom iOS und ich glaube auch von irgendwelchen iPhones oder sonst was, gab es da mal ein Update zum bratlosen CarPlay. Ja, dafür brauchst du natürlich auch ein Endgerät. Aber dafür schmeiße ich ja nicht mein Endgerät raus. Denn mit dem Kabel, das hat bisher ganz gut funktioniert. Und dann bin ich bei meinem Lieblings-Apple-Portal iPhone.de. Ich blende euch das hier mal kurz ein. Auf einen Artikel gestoßen. Und zwar geht es darum, um einen drahtlosen CarPlay Mini-Adapter. Es gibt einen Standard- und einen Mini-Adapter. Das ist der CarLink Kit Mini-Adapter. Der sieht aus wie so ein Gehäuse für die Apple AirPods. Das hat einen USB-C-Anschluss, bringt ein Kabel mit einem USB-A-Anschluss mit. Denn die meisten verbauten Navis, die einen Apple CarPlay-Anschluss haben, die haben noch einen USB-A-Anschluss. Und der wird einfach angeschlossen an die USB-Buchse des Navis und simuliert mit einem kleinen Prozessor, mit einem kleinen Rechner da drin, dass dem iPhone ein drahtloses Apple CarPlay zur Verfügung steht. Ja, das schauen wir uns doch mal an. Die Installation ist gar nicht so schwer. Also die Installation, die schafft ihr auch. Die muss ich jetzt hier nicht en Detail nochmal darlegen. Ich zeige euch bloß grob, wie das insgesamt ausgeht. Es wird hier ab und zu ein bisschen spiegeln. Geht gerade nicht anders von der Kameraaufnahme her. Ihr nehmt also den drahtlos Mini-Adapter und steckt den in die USB-Buchse ein. Bei mir ist die USB-Buchse vom Alpine Navi hier. Dann macht sich hier hinten eine rote Lampe auf. Und wir sind im Menü des kleinen Adapters. So, hier steht, bitte verwenden Sie das iPhone und Bluetooth oder USB-Verbindung. Gekoppeltes Gerät auswählen. Das ist hier das Franks 13. Das ist mein iPhone 13. Und ich habe also schon mal das irgendwann verbunden. So, und jetzt gucken wir mal. Hier haben wir mein iPhone. Und da gehe ich dann mal eben schnell auf das WLAN, schalte das ein. Und in der Regel verbindet er sich automatisch. Wir warten mal kurz. Jetzt hat er sich mit meinem drahtlosen WLAN zu Hause verbunden. Und ich gehe hier auf Main Menu 99. Das ist genau das hier, dieses Gerät. Und jetzt seht ihr gleich, was passiert auf dem Bildschirm hier. Prima. Und das ist mal wieder der Vorführeffekt. Ich habe das ab und zu gehabt, dass ich dann wirklich beim Bluetooth auch noch mal hier mich mit dem Main Menu verbunden, verbunden müsste. Mein Gott. Dass ich mich mit dem Main Menu verbinden musste. So, jetzt haben wir es. Jetzt hat er zwar nicht verbunden. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber ich bin hier im WLAN mit dem Main Menu verbunden. Und ihr seht jetzt hier die Google Maps Ansicht. Ich schalte mal ein bisschen nach links. Ich stelle mal das iPhone hier rein und blende euch das ein bisschen ein. Ich gehe hier auf Google Maps und suche mir irgendwas in der Nähe. Hier Heimburgstraße in München. Sage Route. Dann kommt hier die Route. Ganz normal, wie ihr es von Carplay kennt. Was jetzt ein bisschen nervig ist ab und zu, aber da kann man sich dran gewöhnen. Das sind die Podcast-Sachen, zum Beispiel Radio. Ich habe hier einen Fußball-Podcast. Wenn ich den jetzt starte, dann dauert es ungefähr ein bis zwei Sekunden an Verzögerung, bis das kommt. Sie sehen aber, die Tür ist nicht zu. Ja, ihr seht also. Ich mache mal leiser. Und bitte achtet darauf, wenn ich hier auf Pause mache, dauert das ungefähr zwei Sekunden, bis das hier ankommt. Also, ich persönlich würde einfach... Also, Hand gezählt, im Gehirn gezählt, ungefähr zwei Sekunden. Ich kann aber auch zum Beispiel eben dann einfach ein YouTube-Video starten und irgendwo reingucken. Da. Auch das ist kein Hexenwerk. Das ist halt das ganz übliche Carplay. Also, wie läuft das ansonsten, wenn ich hier einsteige? Das zeige ich euch jetzt auch nochmal kurz. Ich komme also in mein Auto, schalte mein Navi ein. Der drahtlose Adapter, den versenke ich hier meistens in dieser Stiftablage. Den lasse ich drin. So. Und ohne, dass ich irgendwas gemacht habe, kam zwar dieser komische Hinweis, aber im Großen und Ganzen funktioniert das immer wieder. Also, ihr seht, das Handy habe ich nicht mal angelangt. Das ist genau die Einstellung von Apple Carplay drahtlos, die man ja auch mit den drahtlos Geräten macht. Kleiner Pferdefuß. Ich weiß aber eben nicht, woran es liegt. Aber da komme ich gleich noch im Fazit zu. Ab und an muss ich die Verbindung schon mal händisch auswählen. Ich habe noch keinen richtigen Use Case gefunden, bei dem das genau stattfindet. Ich kann es leider nicht direkt nachvollziehen. Ist aber auch nicht so schlimm. Das Teil kostet ungefähr 50, 60 Euro, Dollar, je nachdem, wo man es gerade bekommt. Und für mich einfach eine super Sache. Und? Was meint ihr? Gut. Also auf der Haben-Seite habe ich die bequeme Bedienung. Ja. Ich komme hier rein, schalte mein Navi ein, stecke das iPhone in die Halterung und zack habe ich die Verbindung. Ich kann also gleich Carplay, also Google zum Beispiel starten oder Maps oder sonst was. Meine Lieblingsnavigation, wenn sie denn Carplay geeignet ist und los geht das. Auch Podcasts oder Musik oder Internetradio kann ich übers iPhone hören, ohne dass ich irgendein Kabel anstecken muss. Auf der Soll-Seite ist diese Verzögerung von ungefähr einer Sekunde, anderthalb bis zwei. Aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, kann man das locker machen. Generell am Carplay finde ich manchmal ein bisschen blöd, dass ich die Navigation nicht umschalten kann aufs Handy. Dass also die Apple-Navigation immer auf dem großen Navi bleibt. Aber das ist halt kein Nachteil dieses kleinen Adapters. Was ich an Erfahrungen gemacht habe, ist, dass das Ding ab und zu, ja wie soll ich sagen, ein paar Verbindungsprobleme hat. Das liegt aber glaube ich eher an meinem Handy. Also in der Regel, wenn es eingesteckt ist, kommt der Bildschirm hoch, den ihr gerade gesehen habt und dann will sich aber mein iPhone nicht automatisch verbinden. Ich glaube, dass ich da eher Bluetooth oder Wireless LAN Probleme bei Apple habe. Das ist manchmal von Update zu Update unterschiedlich. Der Nachteil auf der Soll-Seite wäre auch noch, wenn ich diesen Adapter benutze, Na, dann kann ich nicht mehr mit dem iPhone per WLAN zum Beispiel hier auf meinen M6-Router zugreifen. Ich muss also dann die Internetverbindung nur noch übers Handy herstellen. Das ist ein bisschen doof. Geht aber nicht anders. Wenn es über WLAN verbunden werden soll, dann muss es eben so sein. Gut, das Ding, ich verlinke euch das unten. Das gibt es aktuell für ungefähr 60 Dollar. Ich glaube nicht mal bei Amazon. Aber für mich ist das ein Update und eine klare Empfehlung, was auch den Kabelsalat hier reduziert. Und definitiv kein China-Böller, sondern echt ein Feuerwerkskracher. Das war der drahtlose CarPlay-Adapter, den es selbst bei AliExpress nicht unter 35 Euro gibt. Und jetzt mal zu den Kabeln. Und jetzt mal Butter bei den Fischen. Eigentlich eine pfiffige Sache. Allerdings auch nicht eben günstig. Aber das ist ja mal was anderes. Nicht immer nur diese super billigen Sachen von den Chinesen, sondern mal vielleicht was Hochwertiges. Gut. Warum bin ich jetzt völlig genervt? Der Anbieter hat mir 10% Nachlass für meine Zuschauer angeboten. Das ist jetzt bei Kabeln, wo ich sage, die kosten so 25 bis 30 Euro, nicht eben ein überzeugendes Argument. Allerdings schrieb er, dass man diese 10% auch noch auf die ganzen anderen Discounts, die man immer wieder in Sonderaktionen hat, oben da aufpacken könnte. Ich habe vor sieben Wochen die Kabeln bekommen und ich habe geguckt und sehe nichts und sehe nichts und sehe nichts. Immer dieselben Preise. Ich habe mal auf der USA-Seite geguckt und sehe da, da waren höhere Preise mit 30% Nachlass versehen, sodass in etwa die Europapreise erreicht wurden. Und darauf hätte es nochmal 10% gegeben. Okay, gut. Überlasse ich euch, wie man 10% jetzt findet oder nicht. Aber Dufte fand ich das nicht. Dann bin ich über Amazon gestolpert. Da habe ich die Kabel bei Amazon gesehen. Und siehe da, 20 bis 25%. Allerdings immer nur auf ein Kabel. Gut, vielleicht reicht euch ja ein Kabel. Aber je nachdem, wenn man zwei bestellt und 25% auf ein Kabel, macht mehr aus als 10% auf alles über meinen Shop. Also über meine Bestellung. Fand ich jetzt auch nicht so lustig. Dann gibt es auf der Seite, und ich blende euch das hier ein, so eine Abverkaufssektion. Sale nennt sich das. Kennt ihr? Und da guckst du drauf und da sind Produkte drin. Da ist aber nichts durchgestrichen am Preis. Und wenn man die Preise vergleicht, dann sind das dieselben Preise wie im Shop. Das verstehe ich nicht. Dann habe ich den Hersteller angeschrieben. Ich sage, was soll das? Ich kriege keine Antwort. Die haben das einfach ignoriert. Okay, dann ist es schon ein bisschen blöd. Also ich hatte dann im Video schon darauf hingewiesen, dass ich das nicht so gut finde. Und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich nochmal, was denn meine Lightning-Kabel hier, die ich habe. Also ich habe ja zum Test zwei Kabel gehabt. Einmal ein Lightning-Kabel mit einer C-Form. Das ist so eine Schnecke, die sich zusammenrollt. Habt ihr vielleicht jetzt gerade schon mal eingeblendet gesehen. Und ein Kabel zwei Meter mit der O-Form. Das ist so wie so ein Tunnel aufgewickelt von USB-C auf USB-C. Da gucke ich im Shop nach und es gibt keine Lightning-Kabel mehr. Nichts. Nicht ein einziges Lightning-Kabel. Und auch dieses zwei Meter USB-C auf USB-C-Kabel ist plötzlich nicht mehr zu haben. Also schreibe ich den Hersteller an. Ich sage, was ist hier los? Wieso sind die Lightning-Kabel da jetzt nicht? Was soll ich denn jetzt hier meinen Zuschauern noch anbieten? Ich mache hier Werbung für ein Lightning-Kabel und die können es nicht bestellen. Als Antwort, und die blende ich euch hier unten ein, kam dann, dass sie generell keine Lightning-Kabel in O-Shape, also in der O-Form anbieten. Ja, das war mir schon klar. Aber es gibt ja überhaupt keine Lightning-Kabel mehr. Und zu dem zwei Meter USB-C-Kabel haben sie sich überhaupt nicht mehr geäußert. Und sie haben sich nämlich auch dann jetzt gar nicht mehr geäußert. Mir ist nämlich die Hutschnur geplatzt und ich habe zurückgeschrieben. Sag mal, wollt ihr mich hier verschaukeln? Das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht meinen Zuschauern hier irgendwas von euch zeigen. Und dann gibt es das nicht. Dann gibt es das bei Amazon auch noch billiger. Was soll denn das? Keine Antwort. Bis heute kam keine Antwort. In der Regel kam die Antwort nach einem Tag. Aber jetzt kam gar nichts mehr. Ja, und somit ist für mich diese Sache geplatzt. Trotzdem fasse ich euch den Test hier mal kurz zusammen. Ich habe die Bilder. Die ganze Arbeit habe ich mir schon gemacht. Der ganze Test war fertig. Ich habe die Bilder ein bisschen zusammengeschnitten, ein bisschen gekürzt, damit ihr wisst, worum es geht. Und ich werde das unterlegen mit einem separaten Ton. Und wenn ihr wollt, ja, dann bestellt halt. Dann bestellt halt bei Amazon. Meinetwegen bestellt auch in diesem komischen Shop. Aber was soll's. Das gehört jetzt für mich einfach dazu, dass ich euch zeige, Was lief hier schief? Es läuft nicht immer alles gut. Und ich bringe das trotzdem. Ich hoffe, ihr gutiert das. Ja, es ging los mit dem Kabelchaos, was bei mir so ein bisschen im Auto vorherrscht. Das habe ich einfach mal gezeigt. Das sieht vielleicht bei euch ähnlich aus. Immer so aufgewickelte Kabel. Zu lange Kabel, die man irgendwo drumherum wickeln muss. Und das ist hier dieses Lightning-Kabel in der C-Form. Das ist also magnetisch und rollt sich zum Teil selber wieder auf, aber schnappt zusammen. Ist wirklich eine witzige Sache. Und das hier ist das USB-C auf USB-C Kabel in USB 2.0 Spezifikation, was sich eben wie so eine Tunnelröhre wieder zusammenfaltet mit magnetischer Außenhülle. Ja, kurz noch hatte ich erwähnt, USB-C ist eben nicht USB-C. Das ist nur der USB-C 2.0 Standard, der mit 480 Megabit pro Sekunde die Daten rüber schaufelt. Das ist also nicht allzu viel. Und so eine Datensicherung von dem Handy, die dauert halt dann mal, wenn da viel drauf ist. Und eine externe Festplatte sollte man darüber eigentlich tunlich nicht anschließen. Es gibt allerdings auch wohl vom Hersteller MagTame Hochgeschwindigkeitskabel mit 20 Gigabit pro Sekunde. Das ist dann ein USB 3.2. Das Nette ist, diese Kabel kann man eigentlich überall auch vertikal irgendwo an der Wand klatschen. Und hier ist so die Anwendung bei mir im Auto. Dieses rote Kabel hier, das verbindet mein Navi-Siever von Alpine mit dem Handy. Und das habe ich immer da drum wickeln müssen. Das sah blöd aus. Das ist ein Staubfänger. Ja, und das hier. Jetzt rolle ich das Kabel quasi halb ab. Den Rest schmeiße ich da hinten noch in den letzten Dienfach, der übrig bleibt. Das Kabel war ein bisschen verdreht. Das stecke ich hier nochmal neu an und fertig. Da lässt sich leicht wieder aufwickeln, wenn ich es mal nicht brauche. Und selbst auf so einem Silvi-Magnetpad hält das eigentlich ganz gut. Auch auf dem Armaturenbrett immer greifbar. Ist eigentlich eine praktische Sache. Und für dieses Chaos, was ich euch am Anfang gezeigt habe, das seht ihr hier nochmal. Das habe ich geordnet oder hätte ich gerne geordnet. Auch mit mehreren Kabeln. Nämlich in der Form hier. Der USB-C wird da angesteckt. Und das sieht jetzt alles schön clean und sauber aus. Und das ist doch eigentlich gar nicht so verkehrt, finde ich. Passt auch wieder zu den Silvi-Gläsern, die von oben hängen. Hinten an meinem Bett, da habe ich so einen Nachtschrank und da habe ich einfach mal das alte Kabel ausgesteckt. Und hier dieses magnetische Lightning-Kabel angesteckt. Das kann man auch sogar noch vertikal an die Wand packen. Dann sieht das noch aufgeräumter aus. Eigentlich eine lustige Sache. Das USB-C auf USB-C Kabel, das habe ich hier an meinem MacBook mal ausprobiert. Das etwas verdrillte kann man auch lösen, indem man einfach den Stecker abzieht. Ein paar Mal links rumdreht. Dann sieht das aus wie ein ganz normales glattes Kabel. Wickelt sich danach aber eigentlich wieder sehr schön auf. Ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Also, das war jetzt ein gemischtes Video. Klappt, klappt nicht. Eine gute Sache, das andere ein völliger Reinfall. Das verstehe ich nicht. Und der zweite Teil, der kommt am 31. Mai und dort gibt es was. Das hättet ihr nicht unbedingt mit Camping in Zusammenhang gebracht. Aber ich habe eine Anwendung bei Camping, sogar bald eine ganz aktuelle Anwendung. Und vielleicht gibt es auch noch einen dritten Teil. Da ist dann was, wo ich sage, back to the roots. Mal was ganz Ursprüngliches. Nee, Scherz. Also, das ist was. Ja, abwarten. Das Video kommt wahrscheinlich dann erst im August, weil ich das Teil erst im Juli teste. Dann sind wir mit vielen Leuten unterwegs. Und da bringt dieses Gadget einiges. Und es hat was mit Camping zu tun. Ansonsten, wenn der zweite Teil herausgekommen ist, dann wird der hier oben stehen. Bis dahin steht hier oben ein anderes Video, was für euch interessant sein könnte. Hier unten ist noch eine interessante Playlist. Und dann hoffe ich, dass ihr mir gewogen bleibt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, servus, der Frank.